Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Airport Simulator 2015 am International Airport. Es geht weiter mit einer neuen Mission und ich will die jetzt einfach mal, da haben wir sie, denn wir haben keinen Eisen dabei. Vorräte auffüllen. Und ja, uns erwartet wieder Pushback, sehr schöne, das ist eine gute Aufgabe. Das ist wirklich eine super Aufgabe, finde ich. Und ja, gucken wie das klappen wird. Hat ja eigentlich recht gut immer geklappt. Und uns fehlt mittlerweile noch ein Fahrzeug, das wir freischalten müssen. Was ist da? Oh, was haben wir denn da? Bronze Catering Meister? Okay. So, das waren noch drei Wagen jetzt. Oder noch einen? Ah ne, doch, doch. Klappe zu auf den Tod. Wir fahren das Ding wieder weg und betanken das Flugzeug. Ich weiß gar nicht, Schneeschieber, oder? Das fehlt uns noch. Äh, weiß ich gar nicht mehr so genau. Buh, buh, büm. So, betanken, ne? Ja. Ist ja auch eigentlich relativ egal. Denn es gehört ja eigentlich Schneeschieben Ähm, zu Schneeräumen wahrscheinlich. Wir sollen wieder andere Fahrzeuge benutzen. Wie auch immer. Wird wahrscheinlich gleich sein. Gleiche Aufgabe sozusagen. Aber, äh, wir schauen mal. So, Stromversorgung. Ach genau, bevor wir es vergessen. Ich hoffe, da komme ich jetzt gleich noch hin. Ist das Fahrzeug da wegfahren? Geht das wieder? Ah, okay. Äh, ja, gut. Kamera, Kamera. Ganz langsam. Ja, wunderbar. Ja. So, jetzt. Stecken wir ihn rein. Den Stromstecker. Ja. Ja. So, dann fahren wir das Ding hier auch nochmal zur Seite. Ich hoffe, wir können jetzt nochmal eben. Ja, das können wir machen. Fahren wir das Fahrzeug nochmal eben weg. Sonst kriegen wir gleich Probleme mit dem Pushback. Ja, man. Das gute Fahrzeug. Sehr langsam noch. Können wir doch eigentlich gerade mal gucken. Hm. Wohin, können wir ja echt mal gucken hier. Äh, ja, ja, weiter. Da haben wir es. Okay. Äh, weiter geht's. Gucken. Ob er jetzt schon schneller fährt. Ja. Es geht. Und wenn wir alle Fahrzeuge freigeschaltet haben, müssen wir uns mal überlegen, wie es weitergehen soll. Denn, so viel gibt das dann hier auch nicht mehr so zu machen. Es sind die gleichen Aufgaben. Okay, wir können auch die Fahrzeuge so ein bisschen hochtrimmen. Müsst ihr schneller fahren. Funktionen müssten die gleichen dann eigentlich aussehen auch. Ähm. Und. So, was ist das? Müssen wir wieder das nehmen? Ne, das müssen wir nicht nehmen. Okay, das. Ja. Ähm. Ja, gut. Was haben wir jetzt? Unfallfahrer. Also. Hm. Jetzt habe ich mal einmal ein Fahrzeug, Fahrzeug gestriffen. Einmal wirklich. Oder geschliffen, wie auch immer. Ähm. Dann kriegen wir schon ein Trophäe, Mensch. Ja, ich weiß es nicht. Ähm. Also, wenn wir das letzte Fahrzeug freigeschaltet haben, müssen wir mal einfach schauen, wie viel Geld wir haben. Wenn wir die nämlich dann direkt hochpimpen können. Oder wie viel diese Mission gibt, dann. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir noch bringen werden. Von diesen Airport Simulator 2015. Ja, wir fahren mal einfach hier so durch. Es kommen wieder in diesem Monat sehr viele Spiele raus. Ähm. So. So, genau. Es kam das, äh, Euro-Drags-Milater-2-Scandinavia-Add-on raus. Ähm. Es wird der... Pharmax. Ja. Da haben wir schon. Der Pharmax wird jetzt 2016 rauskommen. Ähm. Da müssen wir auch mal gucken. Ob wir das bringen werden oder nicht. Da schauen wir mal. Und wir haben den Schneeflug freigeschaltet. Wir haben jetzt alle Fahrzeuge freigeschaltet. Okay. Ähm. Schneeflug. Der Schneeflug ist eine Maschine zur Schneeräumung und zum Einsatz bei Schneetiefen von über 60 cm geeignet. Alles klar. Ähm. So, jetzt gucke ich mal kurz. Diesen Eisenbisschen muss ich jetzt nicht unbedingt noch drin haben. Aber. Ist wahrscheinlich drin. Ähm. So, wir schauen mal. Das heißt, wir haben jetzt alles freigeschaltet. Ich schau mal einmal hier. Können die... Können die Fahrzeuge jetzt noch... Ja, genau. Wir können theoretisch hier noch Trophäen freischalten. Können wir kurz nachgucken. Äh. Ja. Hauen wir uns mal Geld hier noch so ein bisschen ab. Ähm. Da auch nochmal. Äh. Moment. Moment. Danke. Ähm. Dann können wir noch zum Fuhrpark nochmal kurz gehen. Und vielleicht können wir da noch was reißen. Ja. So, das ist jetzt auch voll, ne? Ja. Ja. Ähm. Ja. So. Wir gehen wieder zurück. Missionskarte. Weil es würde jetzt ja auch reichen, wenn wir Zufallsmissionen spielen. Ähm. Ja. Das ist doch schon gut hier. Das machen wir. Da kriegen wir Geld für. Und Geld brauchen wir, um die Fahrzeuge aufzurüsten. Wahrscheinlich. Ja. So. 60 Zentimeter. Das heißt, wir müssen jetzt hier diesen hier haben, ne? Ja. So. Das erste Mal. Jetzt fahren wir das Ding. Natürlich ist es jetzt noch ein bisschen langsam. Boah. Okay. Ist aber ziemlich langsam. Ziemlich langsam. Ja. Wir haben jetzt 8 Minuten 30 knapp Zeit jetzt noch. Ja, 25, 8, 25, ja. Ähm. Okay. Oh. 81,1 Zentimeter. Ui. Ist aber schon. Zielschnitt. Tiefe 60. Okay. Komm mal wieder hier. Jawohl. 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 so gut leer das mit mutter zu starten ist doch das ist aber echt krass sieht das eigentlich von vorne aus wunderbar 63 62 61 das war jetzt irgendwie war das jetzt irgendwie war das jetzt klar so müssen wir jetzt wieder die wahrscheinlich nehmen oder da nicht wir müssen jetzt ja super müssen wir da wieder das ding erst benutzen tja die aufgaben werden immer umfangreicher bohring der passagiere mit water okay einweisen ja 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 so jetzt geht es wieder los hier dieser schöne schnee oh da kommt ein auto wieder oder was auch immer da kommt hier fährt ja so viel rum flugzeuge ja wir müssen ja noch mit dem anderen ding darüber haben wir jetzt auf vier minuten zeit und das sind sehr viel zeit hier in anspruch und das ist eigentlich ein ganz schnelles fahrzeug jetzt müssen wir nochmal drehen und vollgas los scheine ja scheine ich werde es wieder zu einer kleinen überlänge kommen wobei das schon echt wieder knapp hier wird mit drei minuten hm weiß ich nicht also ich weiß nicht wie lange für wir für die anderen aufgaben brauchen einweisen hm müssen wir auch Gas geben so einweisen los lass uns rein jawoll das schaffen wir doch gar nicht das geht doch gar nicht das geht doch jetzt schon wieder können wir noch so einen bonus bekommen so einen zeitbonus ja ja hallo danke vorräte ja genau genau jetzt haben wir noch ach komm das können wir doch in der tonne klopfen jetzt müssen wir auch noch von der seite ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war jetzt irgendwie klar Also Wir können sogar noch weiter aufsteigen Okay Ja Gut, dann halt nicht Ich bedanke mich fürs Schauen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss